Was nimmt hier ein Hund auf meinem Stuhl? Nein, der spielt jetzt! Oh, wer fiel noch nicht gegen die Wand? Jetzt blutet er! Alles Willkommen zu dem Legendary Game! Ja, wir versuchen Mario Kart zu spielen. Doppel Dash! Wir hatten nämlich letztes Mal einige Probleme, weil das Spiel zu schnell war. Fehl das Aufnahmeprogramm und darum immer geruckelt hat. Jetzt haben wir die Einstellung ein bisschen verändert. Und, äh... Ich hoffe, dass es jetzt geht. Wir sind zwei Spieler. Einer davon bin ich. Mein Name ist Gondis und neben mir sind Johannesbrot. Ich heiße nicht Johannesbrot. Ich hatte die Überleitung übrigens in die verfeilte Ansage. Und wir haben eine neue Regel. Sie heißt, wir nehmen das, was nun erscheint. Außer das Auto. Das kann man natürlich ändern. Ja, genau! Ich wollte mich... Ich kann gar nichts drücken, du! Also... Ja, das ist ja problematisch, ne? Was soll das? Hey, wir machen das mal eben. Im Gesetz, ne? So, eine kleine Korrektur und diesmal nehmen wir diese Fahrer. Ach, das hast du nur gemacht damit. Ja, genau. Und nur darum hab ich gemacht, dass der Controller nicht gelegt. Ach, Mann, du hast Birdo, ey. Ja, das ist meine... Nicht mehr. So, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Hier sind nicht eigentlich mal Dodo? Also ich glaub, Junis Dodo. Birdo, hier sind nicht mal Dodo? Ich glaub, Junis Dodo. Boah, heftig. Dead, dead. Hä? Wie ist das ganz schön leise im Mund passiert? Ja, mit Absicht. Damit das nicht wie immer ist, dass man da so ein scheiß Echo holt. Wie ist das jetzt insgesamt ein bisschen komisch, ne? Dann fühlt sich das nicht so? Ich hab keine Ahnung. Dann ist das wohl nicht so. Da, 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 da. Wir entschuldigen uns jetzt nochmal ausdrücklich dafür für die Videoflut. Was? Ja, ey, ich hab im letzten Jahr tausend Millionen Parts hochgeladen, wenn wir in Ferien so viel gespielt haben. Und ich bin immer noch, hab noch immer noch nicht alles hochgeladen, was wir in den Ferien gespielt haben. Das ist echt krank, oder? Oder Johannes Burt, oder? Unbelievable, unbelievable. Hier, ein falsches Fragezeichen. Leak. Also, ich hab... Ja, ich auch. Also, ich hab gewonnen. Das wollte ich jetzt mal sagen. Was ist das? Ja, von mir aus. Auatsch! Aatsch! Gesandtheit! Verarscht ihr mich? Jetzt liegt da der riesige Poser-Panzer mitten auf der Fahrbahn. Äh, verlust dich. Kommt man da jetzt nicht mehr durch? Geil! Ach ja, bei Double Rush ist das... Boom! Ach! Nanu! Alles auf einmal! Ich krieg auch den ganzen Ende auf die Pette. Wen hab ich als anderes Fahrer? Hä? Little Mario. Little Mario. Oh, ich bin grad Filzen ausgewichen. Sehr gut. Mach ich auch immer Wald. Da bin ich mal durch den Wald und die Blau fließt. Nanu! Nanu! Man wie ein blöder Bla! Bli bla bla! Oh! Ah! Ich dachte, du meinst das Ernst, dass man da nicht durchspuckt. Alter, du Kanal! Hast du das? Nein! Nein! Was ist das, ey? Ja! Als... Warum bist du denn so schlecht? Hä? Du bist Fünfter! Ja, du hättest mich mal sehen müssen. Ja, seh ich ja im Let's Play. Alter, das kann ich grad echt nicht glauben, dass du Fünfter bist. Ich muss mich mal eben kurz auslachen. Es steht ja übrigens 2 zu 1 für dich, ne? Ne, stimmt gar nicht. Danach war ja noch ein. Weißt du noch zufällig, was beim letzten... Mua! Da hast du gewonnen, weil ich von der Brücke gefallen bin. Der Spiegelbrücke da. Zählt das? Ja, das haben wir doch gezählt. Der war's noch einmal. Auf jeden Fall steht's jetzt da durch. Ich glaube... 3 zu 1 oder so. Für dich? Ja. Und da wirst du jetzt Fünfter. Nein! Das geht ja gar nicht. Wir hatten... Wir haben drei Spiele. Im ersten war es unentschieden und danach hast du zweimal gewonnen. Also ist es 3 zu 1, ne? Boah, ich kann rechnen. Stimmt das? Das hat mich nicht. Let's drive to the ocean! Guck mal, da hinten ist Daisy Stompfer. Ich hab mal eine technische Frage. Ja, bitte. Und ne Kiste für verschiedene. Wenn ich driften will, muss ich mit L nach links und mit R nach rechts... Hast du mich schon einmal gefragt? Ja. Und ich sagte... Ich weiß nicht, ich mach das automatisch. Aber ich glaube, ja. Wenn du nach rechts willst, drickst du R. Ja. Wenn er links will... Äh, du kriegst ihn. Und ich kann nicht R benutzen, um nach links zu... Das weiß ich nicht. Kannst du ja mal ausprobieren, wenn du gerade mal umgesteckt bist. Und ich krieg diesen Drift da nicht hin, ne? Ja, du drickst viel zu oft hin und her. Das ist nur so... Sliden-Sachen. Alter, wir haben den doppelt gepuncht. Hast du gesehen, wie wir den doppelt gepuncht haben? Ich hab von hinten einen auf die Fresse gekriegt. Es ist ja unlogisch, du musst ja auch nicht rumschlagen. Oh mein Gott, und dein Humor ist scheiße. Ich weiß, dass ich jetzt ins Wasser fahr. Aha. Aber es hat auch nichts gebracht. Es hat rumgeglüht, aber ich bin nicht geboostet. Was ist hier? Es muss doch auf blau gehen. Ja, aber es geht auch einmal rot. Wie geht das bei mir dann gar nicht? Hä? Fahr da einfach normal weiter. Ey, ja, das Auto ist auch ganz schön scheiße. Und außerdem bei rot passiert auch nichts. Erst wenn es blau wird passiert. Ja, aber bei blau ja auch nicht. Hallo. Damn it. Ja, der Boost ist voll mit Little... Little bei WD. Der Boost? Wie ist der größte? Der Boost ist gar nicht klein. Der Boost! Ach nee. Ui. Guck mal, jetzt wollte ich dich überholen, dann kriege ich einen grünen Panzer ab. Ja, ich hatte schon voll Angst. Ich möchte kurz noch sagen... Ah. Es ist wirklich noch... Schade, dass Gunnar gut ist. Oh mein Gott, das... Ich glaube, ich gewinne wieder aus. So schönes Gefühl. Scheiße, doch nicht. Ich fahre an eine Ente. Nein, doch nicht. Aber ins Wasser. Guck, das macht ein Little Little Boost. So wie Little Mario. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich, du scheiße Arschloch! Ich haust du nicht! Ah Gott, ey! Ich hab dich verarscht nicht! Hast du weh! Ich hab dir die ganze Zeit den Pilz und wollte den nie überholen, weil ich gesehen hab, dass du einen roten Panzer hast. Das ist gold. Entschuldigung! Diese Entgleisungen! Träumen in einem Raum! Da kann man ja schlecht posten werden! Wir sind zwei. Hast du den Hund dazu gezählt? Ja. Alter, das war immer richtig tankig. Ich war die ganze Zeit erst mal los im Stein. Der Hund! Hä? Der Hund? Ist mein Dings doch auch! Ach, das war ein Hund so klein. Der Hund! Richtig fickig, ey! Ah, hier werde ich dir jetzt so die Hölle heiß machen! Pff! Ich hab grad jetzt, äh... Ja. Schaut gleich auf. Pssst! Was? Schaut gleich auf, der Boden passt. Was stimmt? War gut! Darum hab ich das gar nicht gesagt. Ich dachte, du hast das was du gemeint! Nein, ich meinte, ich wollte sagen, ich hab grad den Ausdruck... Die Hölle heiß machen, wenn der so scheiße ist. Ja! Ich bin der erste und das find ich geil! Ich überhole dich, das find ich auch viel geiler. Ah, ah! Er denkt, er ist cool. Ja. Du hält man nicht. Ah! Er kennt mich aber. Da ist mir etwas... ...hinnig geblieben. Hup! Ah, ihr habt dich getroffen! Ich hab dich getroffen! Ich dachte, ich schieße dich mitm rotem Panzer auf und dann geht er plötzlich nach rechts und dann ist er noch einer. Er hat dich getroffen. Ein Babypack ist auch so schwer. Aua! Ja hallo, ich hab einen Grünpanzer einfach nach hinten geschossen und dich trotzdem gefeiert. Ach, da kann man gar nicht rüberfahren. Stimmt ja. Du solltest mit der Strecke zu tun, du Arsch. Fickte Kacke. Ich überhole dich wieder am Ende. Oh man, da liegt ihn ein bisschen später geschossen. Friss das, Beuteltier. Beuteltier? Friss das, Beuteltier. Oh man, ihr seid doch alle Kacke. Ich hab einfach mal kein Item gekriegt. Wurde Fragezeichen. Ja, das konnte ja schon mal vorkommen, ne? Ah, jetzt ist alles voll mit Pilzen. Scheiße. Ich hab mir heute das neue Kraftklub-Album gestellt. Friss das, Beuteltier. Ja, ich sag wieder neue. Ich sag, guck mal das neue. Wie ist das denn, wie das? Warum hast du das nicht gefressen? Und warum hab ich kein Item gekriegt? Ah, warum bin ich auf einer Banane ausgerutscht? Ich hab hier kein Licht stehen, weil er hier im Nachbuss элемент bienen will. Oh, ich hab jetzt mal gesagt, den Sieg hab ich in der Tasche! Oh genau, nein, 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 nein! 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 Fuck! Ja! Ja! Sieben Runden! Scooby! Scooby! Mama bitte hopp da! Das Spiel ist doch hopp! Das ist eine Verarschung, ey. Das ist eine Verarschung. Machst du mit Absicht, ne? Um mich psychisch krank zu machen. Scheißherz durchschaut! Scheißherz durchschaut! Scheiße! Er hat's... durchschaut... Baby Mario, gib mir mein Item weg! Warum wechselt der Wichser jetzt? Warum fahre ich auf Sand? Ja, man kann nach links driften, wenn man R-R nennt. Ja, und so sollte man das machen, aber warum wirst du das mal ein bisschen betreut? Weil ich meinen linken Zeigefinger nicht gerne auf diesen Weltkampf lege, wäre er nicht wahr. Ist das ein Problem? Ist das ein ganz großes Problem, oder? Nee, das... Entstabilisiere ich meinen Lenkknopf. Hahaha! Ja, das ist du denn für... KACKEN! Kacke... Ich spiele das nicht mehr! Verarschung, ganz, ganz große Verarschung. Ich bin Dritter! Ja, ich bin Dritter! Ja, das ist voll kacke! Das ist scheißegal! Ich liebe dich! Du bist hier! Ja, ich bin dritter! Aaaaah! Ey, du Gasproz, tu mir doch nichts! Tu mir sehr leid, ich bin enttäuschen, du bist! Aua! Aua, Daisy! Fahr deine eigene Banane! Dumme Kuh! Ey, das ist so ein dummer Kuh! Kann man mit Stern halt einfach in das Loch fahren. Guck dir doch mal aus. Als dritter ein Starikwasser? Als dritter ein Starikwasser? Nein, nein, nein! Gott, ich hasse dich. Ach, ich hol dich noch auf. Ich hol dir noch auf. Ey, da fährt noch einer in der Luigi-Karosse hier rum. War? War Luigi, meinst du? Ja. Bitte. Hast du das auch gehört? Das war ein Schlenk-Nub-Knecht. Ich weiß nicht, du. Ah! Äh, äh... Hier... Ne? Ich war gerade auf einem aufsteigenden Ast. Oh, Ficken! Jetzt bin ich gearst. Sehr gut. Nein, ich wollte den Panzer noch abschießen! Genau in dem Moment! So ist das, wenn wir die ganze Zeit erst töten, dann blöd ich nicht mehr nur... Oh, wo, 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 wo... Mario da! Oh, scheiße! Nein! Oh! 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 Wer ist das hier an dem Arschgesicht... ...verkacktes... ...Stück... ...Scheiße! Da hab ich gesagt nicht, was jetzt in der Gesamtwette passiert. Weser, was? Ich weiß nicht, was jetzt in der Gesamtwette passiert. Weiß ja auch nicht. Wo hab ich denn den Zettel? Diesmal muss ich das auch jedes Mal aufschreiben, damit wir das auch beim Spielen wissen, wer grad vorne liegt. Ach, keine Ahnung, hab ich auf den Resident Evil-Zettel gespielt. PENIS! Ich bin hoch erfreut, ich zoome eben den Zettel. Die erste Runde ist gut, da war aber nicht zu viel noch nicht mehr. Wer aber nicht, sind wir da. Das ist wohl los, die Zettel nicht da. Das ist gut, das war nicht. Jetzt werbe ich gut dich doch mal ein. Jetzt seid mal gut, ok? Ganz gut bleiben, ganz gut bleiben. So, halt, klar. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das denn die neue Ringe? So, ähm... Ja. Es steht 3 zu 2. Ich scheine irgendwann mal gewonnen zu haben. Sehr interessant. Obacht. So. Damit haben wir Gleichstand, wenn ich mich nicht irre. Hä, das kann aber gar nicht sein. Hab ich schon jemals hier meinen Namen eingegeben? Nein. Doch, als Region. Echt? Stimmt nicht. Echt? Stimmt nicht. Oh, wenn man nicht einfach vorher so... Das... Wenn das jetzt einfach mal gespeichert werden würde, könnte man das immer so auswählen. Da muss man sich erst mal hier hinstellen, ne? Mit drei Buchstaben. Ja. Ist doch lange. Ist nervig. Oh, wir kriegen was, wir kriegen was! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alles versaut! Ritual! Ritual gebrochen! So kriegt Marcel kein Bier mehr am Flughafen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!